Mein Name ist Florian Sparger. Ich bin Geschäftsführer der FS Invest GmbH. Ich selber beschäftige mich seit 2009 mit Immobilien und habe nach und nach einen Bestand aufgebaut. Und jetzt mit der FS Invest GmbH investieren wir professionell in Immobilien, in Münster und Umgebung und im Ruhrgebiet. Wir haben gute Bankenkontakte und sind dadurch in der Lage schnell zu finanzieren oder auch mal einfach aus Cash zu bezahlen und so kann eine Transaktion bei uns sehr schnell und reibungslos über die Bühne gebracht werden. Wenn auch Sie eine Immobilie haben, die Sie schnell, diskret und reibungslos verkaufen wollen, dann wenden Sie sich gerne an uns.